Hallihallo, da sind wir wieder. Ich weiß nicht, warum ich mich gestern bei der Arena ausgelockt hat. Hier ist der... äh, jetzt ist er... doch, da ist er. Der Mithril. Naja, wo waren wir unterwegs? Wir waren unterwegs zu den El Peraros. Und das Gedankenauge. Äh, hab ich mal im Pad, hab ich gestern, glaub ich, geopfert, gell? Ja, das hab ich geopfert. Äh, äh, schack. Schauen wir einfach mal. Wenn wir halt zu den Piraten gehen. Ich hab ein paar Addons aktualisiert, dann hätte ich eins drauf, was doch nicht funktioniert. Das wär QC, Quest-Complete-List. Aber, äh... Wenn ihr hier so seht, ja, hier, keine Ahnung. Nötliches Schlinglandal Cup, hier Sümpfe des Elends. Das funktioniert so noch nicht. Anscheinend. Schade. Deswegen werde ich das auch wieder löschen. So. Hüpfen wir hier mal über den Berg. Ich werde hier ins Piratenlager. Das ist ein Skeleti. Ich muss niesen. Ah, da bin ich wieder. Denkt an den. So. Kann ich noch nicht wirken. So. Dün, 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 dün. Irgendwie hier gerade neue Quests. Schnupftabak und die Blutbukkaniere. Ab jetzt werden Piraten erlegt. Ich werde nicht abgemountet. Dachte, ich bin schon. Wird das jetzt gleich passiert? Ah, schade. Hat nicht so funktioniert, wie geplant. Redet mit mir. Bleibt gut drauf. Hm. Dann war das, glaube ich, hier irgendwo. Da. Mit dem Schnupftabak. Was kann ich für euch tun? Siehe den Leben. Das ist, das ist offene Augen. Okay. Egal. Hier können wir wieder richtig schön viele Quests machen. Hallo. Für die Allianz. Kann ich euch helfen? Auch noch eine Quest. Muss man bald in Beidebucht auch durch sein. Hallo. Grüße. So. Sehr gut. Heißt das so? Herz. Ach, das gibt es ja auch noch. Das blutscht dein Herz. Oh, lol. Das habe ich ja voll vergessen. So, dann haben wir ein kleines Sammelsurium an Wests. Gut. Gut. dann geht's ab an den strand den piraten mit den eigenen bäck in Wir gehen jetzt aber erst mal zur Käptentruhe. Das wird jetzt ein... Ach, da ist er eh. Oh, die Musikkeiten. Oh, ja. Oh. Eins, zwei, drei. Zwei. So. Das Pet tot. Zwei. Drei. Ich zieh den einfach nach Beutebucht rein. Oh. 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 Okay, interessiert sich hier anscheinend keiner. Da, jetzt. Okay. Na, guck an. So macht man den kaputt. Sehr schön. Da haben wir die Truhe. Mein armes Pet. Musste zwar draufgehen, aber hey. I like it. Die Liederquist, no problem. Außer da, wenn zu viel aus seinem Liedergebiet. So. Dann auf zu den Piraten. Hier müssen wir auch aufpassen wegen den Flaschen am Strand. Hier gibt es Flaschenpost-Quests. Die werden wir auch nicht angezeigt. Was ist das hier bei dem Boot, was wir haben? Die werden auch nicht angezeigt. Ja, Piraten sind natürlich die meisten tot. Ah ja. Da kämpfen sich gerade zwei durch. Na dann. So. Das ist Auri, da haben wir es ja schon. Okay. 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 Wie machen wir das? Wir fokusen die Hexenmeister, würde ich sagen. Noch was zum Einsammeln. Was war denn hier zum Einsammeln? Siegelbefehle, aber die sind noch nicht hier, die sind noch da beim Zelt. Hier drauf. Oh. Kann ich noch nicht wirken. Fuck. Lichte zu tot. Nein. Schade. Muss ich jedes Mal jetzt mein Pet opfern? Das ist ja lästig. So, aber einer ist schon weg. Ich bete du schaffst das, Scholli. Ich bin außer Reichweite. Jetzt schieß mir mal rein hier. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Das ist zu viel entfernt. Das ist zu viel entfernt. Hallo. Oh. Tack. Tack. Dankeschön. Ah, die wenigstens die Karte. Das sind die Befülle. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Nochmal wenigstens das. Ja, armes Pet. Das ist schon wieder belebt. Keine Sorge. Was kann ich für euch tun? Oh, der Admiraltschund. Nice. Komm schon, da wird doch einer von den Schwadronüren. Links wird doch davon auch einer sein, oder? Auf der Insel. Warum sind da so viele Hexenmeister? Okay, gehen wir wieder an den Strand. Ei, ei, ei. Das funktioniert so nett. Zu viele Quests sind es gar nicht mehr, glaube ich, hier. Okay. 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 Great. Okay. 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 Hm. Dack. Doodoo. Ich glaub mich jetzt schon, ob hier irgendwer So, wir gucken mal, ob die die Quests haben Dann fahre ich mal den Taurin davon hin, weil zu zweit ist es doch dann schon wesentlich einfacher So Ich muss näher ran Dieser Zauber ist noch nicht bereit Kann ich noch nicht wirken Nicht genug Mana Schnupfter Back, schnupfter Back Ach, die sehen anders aus jeweils Wahrscheinlich teilen sich die nicht in Spawn Also ich kämpfe jetzt hier einfach dieses Camp ab So Ein Rum Güsterbruch Nord Stampfer Crack Oh Dann heben wir doch das mal auf Chemie 200, warum steht denn das jetzt alles dran? Was haben wir nicht geupdatet? Mein Mana ist zu niedrig Die macht mir ganz schön schade Die Lady Ja, Schwertskillen Ich würde sagen, wir beenden hier die Folge Wir sehen uns in der nächsten wieder Und dann geht es hier wieder Piratentüten Also Tschüss Ich wünsche dir die Folge Und das ganze das Ich wünsche dir die Folge Wir sehen uns in der Folge